können wir noch ein bisschen betten machen können wir das hier in der Reihe aufstellen jetzt kriegen wir da ein paar rein ja eine Wolle jetzt haben wir eine weiße Wolle zwei kriegen wir noch eine dritte von dann haben wir schon das zweite Bett auf jeden Fall Schafe habe ich doch hier gesehen finden wir doch irgendwo dann haben wir die Taverne zu Ende gebracht Taverne Taverne làm das stelle wird sie sie schaf als offscreen gespielt habe ist es da denn immer noch ein schwarz groß schaf auch gut ein weißes schaf das ist gut das ist besser so brauchen wir dafür eine werkbank für das bett wahrscheinlich ja jetzt habe ich sie nicht immer ab zur werkbank dann mache ich mir mal ein bettchen ich überlege gerade ob wir uns das graue schaf auch noch holen dann haben wir zumindest zwei graue wolle brauchen wir noch ein drittes und dann können wir uns ein graues bettchen machen das ist doch ein upgrade zack so hole ich mir doch na komm kann es dir ein bisschen fleisch das kann man nicht mal in ofen werfen mal so bringt relativ wenig haben wir ja mitbekommen und hier ist auch noch was ist auch noch fläche zum bauen ist eine menge fläche zum hauen habe ich ein schönes örtchen ausgewählt kann man was daraus machen kann man schon ein örtchen errichten danach zieht sich auch noch landschaft hin hin geht es hoch und runter kann man hier bestimmt ein paar landschaften verwenden und ein kleines dürfchen entstehen lassen ein gebirge ist auch noch in der nähe kann man sich dann irgendwann einen berg rein bauen ja sieht doch ja nicht so falsch aus ja da bin ich mal wieder durch die ebenwand gelaufen zwei hellgraue wolle ablegen hier ok komplett haben sich die herzen jetzt nicht aufgefüllt aber ja es geht sooo dann mal ran wir brauchen auch einen namen für die Spelunke hier ja irgendwas was man als Bild draußen dranhängen kann da brauchen wir eh noch ein bisschen Leder für damit wir da draußen im Motivrahmen dann hängen können ja zwei Betten stehen hier schon könnte man hier vielleicht noch so neben der Treppe eins hinstellen können ein paar Leute mal nachten oder die ein bisschen weiter zueinander stellen oder ja so da passt hier noch ein drittes hin und dann hier ein bisschen Platz sparen zack passen sogar vier nebeneinander zack ja wenn wir dann irgendwann genug Wolle haben kriegen wir das mal hin so das sieht doch schon ganz empfehlenswert aus kann man sich schon aufhalten hier drin ja würde ich sagen so deko mäßig was können wir da anrichten das können wir hier noch über die Tür klatschen hm schaue ich mal gleich in der Werkbank nach was wir da für Optionen und Möglichkeiten haben hätten eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft nach Leder vielleicht gibt es irgendwo eine Möglichkeit Leder herzukriegen hm das wäre halt sehr schön wie man Gegenstände da verwenden könnte könnten wir auch gleich mal die Gäldene Axt und so weiter Lama muss die Schlacht dann um Leder zu bekommen uha ich werde hier geschlachtet und das Lama zack soll mal ein bisschen wieder auferstehen die Schlucht ist auch hier gemein die Latt mal zumachen hier die gibt es doch nicht das Lama steht auch gefährlich am Rand Töten das Lama jetzt spuckt das das Lama verständlich ok nicht abhauen ich will die ans Leder nicht abhauen ich will die ans Leder so Leder das sieht doch gut aus Lama das müssen wir also töten so Wolle für das nächste Bett hier gibt es auf jeden Fall Tiere in der Nähe das ist gut nächstes weißer Schaf im Versen würden wir uns irgendwann mal eine Schere craften da gab es doch die Option hier Schere da brauchen wir die Schafe ja nicht mehr zu quälen und zu töten haben wir hier einfach Wolle man muss nur Wolle jeder man muss nur Wolle dazu gehen oder kann man dich scheren nein kann man nicht schade so Lama töten Kuh was bringst du Leder ok sehr gut aber 3 Leder ok warum haben die Kühe kein Leder gemacht als ich das erst mal versucht habe hm naja bringt sogar mehr als das Dama muss nur keine harmlosen Dama töten die Armen so wie komme ich jetzt hier am doofsten wieder hoch indem ich mich da im Fruchtbau hier in der Lücke zack zack so Schere haben wir dabei zack zack so Schere haben wir dabei ein Gegenstandsrahmen, brauchen wir noch ein bisschen Sticks für, was sonst denn, steht demnächst mehr im Weg, Gegenstandsrahmen, ok, machen wir noch einen zweiten, können wir gebrauchen, den dritten können wir uns auch noch leisten, auf Vorrat, so jetzt haben wir keinen Leder mehr, ich glaube einen Gegenstandsrahmen, den lege ich mal zurück, welche Gegenstände ich da wohl rein mache, so die goldene Axt, die will ich mir erstmal ins Zimmer hängen, die ist glaube ich ganz cool, einfach nur das Prinzip, als Symbol da hängen haben, Goldangst, darf mir mein Gold ausgeben, ein bisschen haben wir glaube ich noch, aber ja, wo hängen wir das am blödesten hin, kann mir hoffentlich wieder abhängen, zack, eine gold Axt bringt im Kampf relativ wenig, ist schwächer als Eisen, aber als Symbol, ja, nice, kann man bringen, sehr schön, ein Gegenstandsrahmen, halten wir noch, erstmal schlafen hier, schön schön, Wladimir draußen, vorm Fenster, überwacht hier immer, mit Klaus, dem zweiten, in das Gebäude, so, hier der Gegenstandsrahmen hin, oder, nee, das wird nichts, hier daneben, ein bisschen, da, oder, noch ein bisschen weiter links, das Symbol, so, und was nehmen wir jetzt, oh, beim Grübeln und beim Nachsuchen habe ich damals was gefunden, was man machen kann, aus Redstone und aus Gold, was sehr sinnvoll ist sogar, eine Uhr, holen wir uns doch, haben wir jetzt noch einen Goldbarn, hm, die Kürbis Laterne, die ist auch hübsch, so, schauen wir mal, was die Uhr so kann, wo man die dann im Inventar hat, wo man die so in der Hand hält, so, zeigt einem so den Sonnenstand an, oder, wie sieht es aus, weiß man dann wann es nacht wird, oder so, kann ich auch an der Wand anbringen, nee, irgendwie nicht, will ich es in den Rahmen als Uhr einsetzen, das wird nicht klappen, so hier, und so hier, hat man eine Uhr, und so etwas klappen, hm, das klappt sehr gut, hm, nee, ok, ja, eine Uhr aufhängen, ist nicht schlecht, hm, grübele, 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 was kann man denn so machen, irgendwas mit Gold, was haben wir hier noch, Goldschaufel könnte man noch machen, ansonsten, Stuhlknautsch, ist ja nicht mehr viel Optionen übrig, weil ich hier noch eine Goldbahn habe, zur goldenen Schaufel, wie wirks denn damit, verschwenden wir die nächsten Goldbahnen, Schaufel, ja, warum nicht, ja, machen wir so, damit die Entscheidung jetzt ein Ende hat, taufen wir jetzt das neue Gebäude, die Taverne auf den Namen, zur goldenen Schaufel, ja, warum nicht, so, hier drüber hängen, Schildnachricht, ja, auch wieder nicht mittig, aber, ja, hm, das wird der Versuch hier rechts daneben, oder wir hängen hier gleich das Ding daneben, warum nicht, warum nicht, machen wir so unelegant wie möglich, ja, passt doch, ja, kann man machen, zur goldenen Schaufel, kann man fast nicht lesen, aber, ja, bietet sich doch an, die können uns sogar mittlerweile ein bisschen Schnickschnack leisten, haben wir jetzt hier eine Uhr, und guldene Sachen, und hier einen Rahmen und so, ja, alles, eine Schere, eine Schere kann man schon zu Anfang machen, boah, und da sprang die Uhr über, ja, kann man schon so machen, langsam entwickelt sich's, da kriegen wir noch neue Sachen dazu, und wir kriegen das schon hin, langsam wächst das Dorf hier, es wird größer und voller Glasflaschen haben wir hier, kann man die hier drauf stellen, die hier irgendwo, da hin, ein Werkbank, dafür haben wir wahrscheinlich nicht genug Holz dabei, genau, haben wir ja alles verbaut, Einfach noch ein bisschen Holz abbauen, hier vom nächsten Baum, wie beim haben wir ja genug hier, gehen wir noch hin, so, zack, ein bisschen Holz mit vom divorced least zuern. Nein, 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 was zum Fick, nein, der scheiß Creeper hat hier meine ganze Wand eingerissen. Der Fickser, der Fickser, ich habe nicht hier noch Holz, du musst nur aufpassen, das ist der hier nicht, Wladimir hier, lass ruhen weg, alter, sachte, sachte hier, den wir erstmal mit Erde aufräumen, mein lieber Scholli hier, kommt der hier angekrochen, der Erbärmliche, zerstört hier, das ganze Häuschen hier, naja, das ganze nicht, zum Glück war noch nicht drin, die Tür ist jetzt auch weg oder was, ja, Fenstertür und alles, Ach Mensch, würde eigentlich in der Kneipe gehen und gerade hier mal ein bisschen weiter aufbauen, aber ich muss jetzt hier erstmal herrichten, den Schaden reparieren, ja, danke schön. Ja, zum Glück nicht viel zu großen Schaden angerichtet, noch akzeptablen Schaden, der Dickkeller ist auch noch da, hoffe ich, ich war lange nicht mehr drunten, haben wir wieder 16 Blascheiben, und ich war lange nicht mehr drunten, ich war lange drunten, ich war lange drunten, mehr haben wir leider nicht, müssen wir noch Holz holen, ach, Mino, musste das jetzt sein, Oh Mann, das Haus zerstört, So, jetzt generell im Moment, im Inventar, hier haben wir einen Tap for Redstone und wichtige Items, hier in der Tasche, wenn ich jetzt hier kriptiere, dann kann man die bestimmt irgendwie wiederfinden, aber so prickelnd ist das dann doch nicht, aber zum Glück hier schnell in Richtung bekommen, ach, ich habe die Tür mit dabei, was mache ich dann, Bruchstein ein bisschen, so, dann sieht es doch wieder ganz in Ordnung aus, als wäre nichts passiert, Puh, Kommt nicht oft vor, dass so ein Creeper mal einen guten Tag sagen kommt, na, ich vermute, dass das noch ein paar mal passieren wird, aber ja, irgendwann haben wir dann mal eine gute Waffe dabei, eine Diamant Waffe, mit der wir den Creeper in einem Zug kaputt machen können, mal die Uhr ablehnen, die brauchen wir so dringend jetzt nicht, wir sehen hier draußen, wie es mit der Uhrzeit aussieht, ja, hier haben wir drei Glasflaschen schon rein, und dann gibt es hier noch Glas, kann man später auch noch die Tränke rein tun, die man so findet, und dann kann man es halt hier kaufen, so ungefähr, da steht halt hier der Würz, ja, hübsch hübsch, ist doch schon was draus geworden, kann sich doch mittlerweile sehen lassen, ja, kann man so machen, hübsch hübsch, ich finde es gelungen, das Projekt Taverne, und denen geht es noch gut, ja, hervorragend, so, und ich weiß jetzt nicht, wie viele Parts ich jetzt schon durchgemacht habe, wie viele Parts ich jetzt schon habe, wie lange ich jetzt hier drehe, aber ich würde mal sagen, ich mache jetzt eine kurze Aufnahmepause, und dann geht's, sehen wir uns entweder gleich wieder, oder im nächsten Part, ja, bis gleich, oder bis demnächst. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter. Spannende Glocken Untertitelung des ZDF für funk, 2017